Ja, doch. Das hier ist ein Kunstwerk im Werden. Da bin ich noch dran. Und das besteht, zumindest im hinteren Teil, ich kann ja gleich mal gucken, ob auch schon im vorderen, besteht aus Doppelseiten, die man herausreißen kann. Und dann separat als Doppelseiten zeigen kann. Also wir haben jetzt gerade eine Doppelseite. Das ist die vorletzte. Die letzte habe ich dem Charlie da drauf, dass ich dem Charlie was erkläre oder euch. Eher nicht, eher einem anonymen Publikum. Ja gut, okay, okay. Die letzte Doppelseite, ah nee, da ist ja nur die Hälfte. Der rechte Teil, die rechte Hälfte ist, noch nicht fertiggestellt. Auf dem linken Teil steht, ich zeichne meinen. Und dann kommt irgendwas, was man nicht ohne weiteres entziffern kann. Wer sich, wer sich lang genug Mühe gibt und die entsprechende Fantasie oder fehlende Fantasie hat, kann entziffern Ständer. Richtig. Ständer ist auch ein Stativ, ist ja auch ein Ständer. Für andere Gelegenheiten ist es im organischen Bereich, vor allem im menschlichen, vor allem männlichen Bereich, ist es was sehr, man kann auch wertvolles sagen. Also ich betrachte es als sehr wertvolles und ich habe mich sehr gefreut, als ich merkte, hopp, da ist was vorhanden, worüber ich mich gefreut habe. Deshalb ist nämlich geschrieben, nachts. Alles, was hier drin steht, ist nachts geschrieben, während ich hier liege und zwischendurch aufgewacht bin. Ich wache alle so im Schnitt zwei Stunden auf. Ich habe nämlich eine Blasenschwäche und muss alle circa zwei Stunden raus hier um die Ecke und dann lasse ich die Stange Wasser, stelle ich dann nicht in die Ecke, sondern in mein gut geputztes Klo und komme wieder zurück und während ich noch nicht wieder eingeschlafen bin, fällt mir schon mal was ein, was ich denn hier vorläufig verewige. Das war das Letzte, da habe ich dann noch was zu tun. Ja, ja, jetzt hör auf, kommt nix mehr. Ne, kommt nix mehr. Oh, es sind noch ein paar Stunden zu füllen, und es ist ja sehr erfreulich, dass das noch gut ist. Gut, ne. So.